Guten Tag YouTube! Willkommen zurück zum Clip des Jahrtausends. Five Nights at Freddy, jetzt wähle eine von den drei aus. Ich glaube ich nehme die von dem einen hier. Ich darf ohne Patch spielen. Also übrigens Leute, falls ihr das ja auf Twitch nicht sehen könnt, ich mache das auf Twitch so, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich verkacke, eine Challenge nehme, die da drin steht. Ob die hart oder scheiße sind. Ihr seht mich tanzen, ihr seht mich peinlich machen, ich keine Ahnung, ihr seht mich alles. Jetzt gerade nehme ich die Channel von den dritten Typen, der jetzt schon wieder hier weggebackt ist, was komischerweise ist. Eigentlich habe ich ja hier vier gehabt, jetzt backen wieder alle weg. Vor allem 66 Nachrichten, what the fuck? Wer ist die dritte Person? Das darf ich nicht sagen. Ich sei nah aus meiner Arbeit. Ich muss mich jetzt auf mein Gehör konzentrieren, also nervt mich nicht. Wenn er rennt, dann ist das links. Wenn ich Schritte von links höre, dann ist es auch links. Wenn ich Schritte von rechts höre, ist es ein bisschen kacke, man hört ja beide Schritte. Vielleicht kann ich das aber auch allerdings als zweier Clip nehmen, wisst ihr? Dass heute ein Clip kommt und morgen ein Clip, wollt ihr das? Dann habt ihr wenigstens etwas noch, damit ihr mich erschrecken seht. Bloß denn lasse ich dann morgen um, naja, ich mache morgen um 20 Uhr Schluss. Dann würde ich morgen den Stream dann von 20 bis 21.30 Uhr machen. Das wären höchstens auch wieder zwei Nächte. Und die letzte Nacht kommt auf YouTube komplett als 50 Minuten Special. Sollen wir das so machen? Schreibt eins, wenn ja, schreibt zwei, wenn nein. Kabom, Mr. L. Ihr könnt jetzt aussuchen, wenn eins, ja, wenn zwei, nein. Drei heißt ja. Du weißt schon, dass eins ja heißt, oder? Okay, dann machen wir heute einen Clip und morgen einen Clip. Dann habt ihr zwei Clips. Dann müsst ihr mir nur schreiben, wann ihr morgen den Stream sehen wollt. Schreibt rein. Könnt mir drei Uhrzeiten geben, aber auch, oder eine. Mr. L. Kabom. Könnt mir jetzt eine Uhrzeit schreiben. Vielleicht versuche ich auch morgen das einfach auf YouTube. Zwölf Uhr. Ich penne um zwölf Uhr noch. Wie soll ich das machen? Vielleicht 15 Uhr um zwölf Uhr nachts. Du spinnst. Ich bleib doch nicht bis zwölf Uhr nachts wach, um nochmal einen Stream zu starten. Wenn ich ja sprinten würde, dann ist das ja links. Da habe ich beim letzten Stream noch mitgekriegt, dass ich dann schnell so machen muss. Verpiss dich. Sorry, muss er mal sagen. Mir ist langweilig. Juhu. Beb, beb, beb. Tiger. Beb, beb, beb. Tiger even. Garnt. Verpiss dich. Verpiss dich. Papa. Das war's für. Mehr Laurenti. asserne. Beb. Aussig. 絵. Der dritte ist übrigens ein Arbeitskollege. Der dritte Leute, der hat ja alle vier, fünf Fnervteile durch. Ich weiß nicht mal wie viele Fnervteile es gibt, ist peinlich. Ich weiß nicht, wie viele Fnervteile. 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 Ich weiß nicht, wie viele Fnervteile sind. Ich weiß nicht, wie viele Fnervteile sind. Digga, ist es ein Arbeitskollege? So, wann ist, oh der Gott, ich sehe ein Arbeitskollege von mir? Hm? Seit wann? Foxy kommt gleich von da. Ich mach die Tür dicht. Dass ich aber auch oben keine richtige Uhrzeit habe. Hier steht 4 am, 5 am. Bitte, 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 bitte. Batterie halt bis dorthin durch. Ich fass nicht, dass dieser Schillig funktioniert. Bitte geh. Meine Kamera. Hallo, verpiss dich. Danke. Der ist dann wieder zurück. Der ist dann wieder zuhause. Das wäre knapp, Leute, das wäre knapp. Knappes Rennen, Leute. Knappes Rennen. Hallo? Pferd 6. Pferd 6. Pferd 6. Pferd 6. Pferd 6, du Hund! Ich mach gerade sehr, sehr Batterie rausziehen, ne? Ciao, Bella, ciao, ciao, Bella, Bella, ciao, ciao, Bella, Bella, ciao. Junge, hast du es mal mit der Power, äh, Power, mit der Zeit? Hallo? Hallo? Verpiss dich! Oh, 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 oh. Oh, das hat gekriegt, ahhhhhh, mein Ohr, ich glaube ich muss es kurz massieren, ahhhhhh, Bötties, achst du mehr, oh mein Gott, mein Ohr, alter, hat das weh, wartet mal, mein Glas ist alle, ich brauche mehr Cola, sonst funktioniert das nicht, Cola, gute, Trendy Cola, Eigenwerbe, Magenwerbe, so, wir machen einen Deal, der Elk, kabumm, und die dritte Person, wir machen morgen, warte mal, ich muss jetzt kurz überlegen, morgen fahre ich auf, laden Five Nights at Freddy's Video hoch, und danach geht es, naja, es sind 10 Minuten, 3 Minuten kann ich jetzt blabbern, dann mache ich so, dass wir morgen von, wir machen jetzt noch die Nacht 3, wenn ich es nicht schaffe, dann endet der Stream, ist ein Deal, und ihr dürft morgen, wenn ich Five Nights at Freddy's mit euch durchspiele, dürft ihr euch entscheiden, ganz am Ende, vor Nacht 5, welche Challenge ich machen muss, wenn ich Nacht 4 und Nacht 5 nicht schaffe, unter einer, unter 50 Minuten, das ist ein Hardcore Deal, ist das ein Deal? Schreibt 1, wenn ja, schreibt 2, wenn nein, schreibt 3, wenn, wenn ihr es so, so haben wollt, mit Challenges, weiter mit Challenges, 3 ist weiter mit Challenges, 1 ist ja, 2 ist nein, 4 ist, bitte nicht, ja, warte doch mal kurz, ich muss immer angucken, was die dritte Person schreibt, du Spacken, ich kann doch nicht 10 Minuten durchgängig in einem scheiß Spiel sitzen, wo ich nicht mal Ruhe kriege, keine, nee, zu spät, ihr habt doch vor, heute Morgen noch mal reingeschrieben, ist ja, so, Schnauze, ich habe echt mal eine Frage, wenn, du sitzt ja hier praktisch, du sitzt ja hier praktisch als ein Security-Typ, wieso geht eigentlich die Batterie so schnell alle, was ist das, ich bin jetzt schon bei 95%, und ich habe nicht mal ansatzweise eine Scheiße benutzt, und ich kann auch nicht mich mit 3 Leuten unterhalten, das ist auch unmöglich, und sorry, wenn ich gerade ein bisschen schreie, dennoch ist es komisch, Mr. L, wenn du einmal davon ein Short rausbringst, wo ich mir, wo ich gerade vom Anfang mich erschreck, einmal außersehen, dieses Woka, mach das bitte nicht als Short, ich warne nicht, sonst fände ich heraus, wo du wohnst, und bring ein paar Muffins mit, weißt du was, ich fände heraus, wo du wohnst, und dann bringe ich dir Muffins mit, dann können wir beide gerne 590 völlig zwei zocken, bei dir aber, nicht bei mir, auf Controller ist es nämlich kacke, du hast nur diesen einen Knopf, den du hin und her wackeln musst, ich mache die Challenge, ohne iPad geht so lange, ich habe gerade kurz vergessen, sorry, mache jetzt so lange, bis ich sterbe, danach kommt die Challenge, welche Klammern in die Fresse, Mr. L's Lieblings Challenge, und dann hat nämlich die von Karbom die Challenge, irgendwas wegächsen, wenn ich nach 3 jetzt nicht schaffe, dann endet der Stream, denkt drüber noch nach, ihr könnt mir jetzt zwei Riesenfragen beantworten, die würden mich so abblinken, ne, und ich wäre am Arsch, bist du das, Foxy, oder bist du das, Milchächsen, alter, bist du verrückt, ich muss Montag doch in die Arbeiten, weiter, ich dachte gerade, ich höre Foxy, ist schritte, alter, Capri Sonne, ja Capri Sonne habe ich erst recht nicht, ich habe nur eine Cola, drei Cola, na du, so, kam rum, ich könnte den Deal machen, nicht, ich so oft, langsam habe ich den Träger raus, what the fuck, what that, Mr. L, das knickt nach Freddy, war das gerade Freddy, oh sorry, ich vergesse es, ich könnte mich jetzt mit Absicht eigentlich verarschen, einfach irgendwelche Fragen reinstellen, weil ich gucke die ganze Zeit auf den Chat, das heißt, ihr könnt mich jetzt ablenken, die ganze Zeit, bis ich sterbe, denkt dran, ne, ihr könnt mich dann sogar das erste Mal erschrecken sehen, von jetzt muss ich mich auf drei, auf alle konzentrieren, auf alle Missgeburt, mir, du Hund, nicht schon wieder du, nein, 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 oh Gott, oh nein, oh meine Fresse, du kleiner Arschloch, was denn hier passiert, hallo, 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 Abdenkungen. Okay. Okay. Wir machen jetzt einen Deal, eins, eins für welche kann man in die Fresse, zwei für Cola wegwechseln. Eins oder zwei. Mistel, wenn du einen Short machst, ne, mach aber keinen, da wo ich mich zwei Mal erschreckt habe wegen Foxy, mach das bitte nicht online, das darf niemals online kommen. Das kommt schon bei mir online, das reicht mir schon, aber auf jeden Fall eine Stunde, ihr kriegt noch eine Sache zu sehen. Von mir aus könnt ihr daraus einen Sticker machen, ein Video, ein Short, ist mir scheißegal, wirklich, absolut scheißegal. Es ist mir egal, ob du jetzt einen Short oder nicht machst. Wisst ihr was, ich mache beides, ich mache beides, ich mache beides, jetzt erstmal. So. Leute, die auf YouTube, ich mache jetzt eine Hardcore Sache. Und zwar zählt eine halbe Cola Flasche als eine ganze? Ne, ne? Ne. Muss ich zwei trinken. So, ihr seht mich jetzt hier oben wieder. Hallo. Die auf YouTube ist, tut mir sehr leid. Da, ne? O Gott. Kriegt ihr morgen den reinsten FNF Special auf dem Kanal. Ich hoffe, das Mini-Video hat euch gefallen. Nach 3 Morgen, in der nächsten Folge Machen wir nach 4 Nach 3 und 4 Das letzte, habe ich ja gesagt Ist YouTube Video, nur YouTube Hier, erste halbe Cola Zweite halbe Cola Danach kommen die Wäscheklammern In die Fresse Achso, fast vergessen Bevor ich gleich weiter ziehe Diese Cola hat nämlich keine Kohlensäure Schmeckt Nach Kaffee Die Kaffee-Cola Nach der Komm, gehe ich gleich nochmal raus Und dann klemme ich mir die nochmal In die ganze Fresse Die ist immer noch halbvoll Also keine Sorge, scheiß dich nie ein Du musst mich mal kurz lassen Sonst kotze ich hier gleich wieder alles in Strahlen durch Morgen kommt der Ehefolge 2 von 2 Blablabla Den ganzen Scheiß kann ich eh nicht mehr Ich ertrage diese Scheiße nicht mehr mit euch Warum Hat sich diese Scheiße geschlossen Was ist das denn jetzt Heute hat Ach ja, guck mal hier Ah, du Hund Hat sich keiner angeguckt Wegen der Musik Hätte ich mir auch irgendwie denken können Ok Leute, ihr dürft bis 3 runterzählen Und ich trinke die Kohle aufwächst Beide Ok Leute, auf YouTube Es tut mir leid Diese Challenge dürft ihr leider nicht mehr mitbekommen Das war's schon mal hier